Die beruflich-akademische Bildung hat eine Vielzahl von Vorteilen. Zum einen ist es nicht nur reines Theoriewissen, was man sich aneignet, sondern bei uns sind Praxis und Theorie ganz eng verzahnt. Die Studierenden erkennen sehr genau, was im späteren Berufsleben auf sie zukommt. Da die Berufswelt immer erklärungsbedürftiger wird und Transparenz heute ein ganz entscheidendes Kriterium ist, spricht das eine Vielzahl von Studierenden an. Klassischerweise ist es so, dass 90 Prozent der Dualstudierenden tatsächlich zum Hochschulabschluss kommen und davon 90 Prozent in der Regelstudienzeit. Und das finden Sie in kaum einem anderen Bildungssystem in dieser Intensität und in dieser Dichte. Ich persönlich bin absolut überzeugt von dualen Studiengängen. Ich glaube, dass das für Unternehmen ein gutes Modell ist, Talente für die Zukunft zu entdecken und zu gewinnen und vor allen Dingen auch zu erhalten. Duale Studiengänge bieten viele Möglichkeiten, auch für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen. Was wir beobachtet haben, ist, dass die dualen Studiengänge Einfluss darauf haben, wie Bildung und auch das Wertschätzen von Bildungsanstrengungen im Unternehmen gesehen wird. Insbesondere im Bereich der technischen, naturwissenschaftlichen Berufsbilder haben wir erlebt, dass sich nach dem Einführen der dualen Studiengänge Mitarbeiter auf den Weg gemacht haben, aus Eigeninitiative doch mal den Angang zu suchen und zu studieren. Aber nicht nur Studium alleine, sondern auch einfach Weiterbildungsanstrengungen im weiteren Sinne zu forcieren. Wir als Unternehmen unterstützen das und sehen darin auch ein Beleg dafür, dass es sich lohnt, für Unternehmen, aber auch für die Hochschulen in duale Studiengänge Ressourcen und Zeit zu investieren. Studium Plus ist eine Schnittstelle zwischen Hochschule und regionaler Wirtschaft. Das Entscheidende bei Studium Plus ist, dass hier die dualen Programme alle aus einer Hand angeboten werden. Das heißt, ein Unternehmer muss nicht bei verschiedenen Fachbereichen vorsprechen. Und das erleichtert den Zugang zu diesen doch sehr erklärungsbedürftigen Studiengängen. Gerade für den Mittelständler ist es nicht ganz einfach, in die Hochschule hineinzukommen. Aber durch die dualen Programme entstehen Kontakte zu Professoren, zu Leitungsstrukturen in der Hochschule. Und das ermöglicht, denke ich, einen sehr intensiven Austausch. Und das ist im besten Sinne dann auch tatsächlich Wissenstransfer, Innovationstransfer und damit die beste Art der Vernetzung zwischen Hochschule und Wirtschaft. Ich bin der festen Überzeugung, dass duale Studiengänge, wenn sie dann erfolgreich in Unternehmen und Hochschulen verankert werden sollen, eine starke Willensfundierung haben müssen, damit das auch nachhaltig gelebt werden kann. Und da sind persönliche Kontakte sehr, sehr wichtig, um wirklich auch kontinuierlich und nachhaltig arbeiten zu können. Auch eine gemeinsame Vorstellung, was Qualität und Ziel dieser Anstrengungen ist, ist nicht nur wertvoll, sondern wahrscheinlich auch für den Erfolg über Jahre hinweg absolut notwendig. Aktuell erkennen wir, dass viele Ideen, die durch die dualen Programme entstehen, durch die gemeinsame Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft entstehen, in die gesamte Hochschule zurücktransportiert werden. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die dualen Programme flächendeckend in Deutschland, in der Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen werden, weil der Mehrwert, der erzielte Mehrwert, im Grunde auf das gesamte Bildungssystem übertragen werden kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020